Die Iguazú-Fälle liegen zwischen Brasilien, Paraguay und Argentinien und der Fluss heisst Iguazú. Die Iguazú-Wasserfälle bestehen aus 20 grösseren sowie 255 kleineren Wasserfällen auf eine Breite von 2,7 Kilometern. Einige sind bis 82 Meter, der Grossteil ist 64 Meter hoch. Die Wassermenge in den Fällen schwankt von 1500 Kubikmeter Sekunde bis über 7000 Kubikmeter Sekunde. UNESCO Weltkulturerbe Untertitelung des ZDF, 2020 Hinter den Wasserfällen brüten die Rußsegler im Fels. Der Schutz des Wassers schützt sie vor allen natürlichen Feinden. Das Hotel Das Gataratas ist eines der berühmtesten Hotels Südamerikas. Rock- und Grossteil Zwei Nasenbären am Spielen. 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 Ohne Wasser kein Leben. Zwei Nasenbären am Spielen Zwei Nasenbären am Spielen.